Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Samstags Konferenz dabei, Spitzenspiel dabei, ja eigentlich alles dann dabei. Viel Spaß beim Zuschauen, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Reinschalten. Los geht's erstmal mit dem Spiel Bremen gegen Frankfurt. Dann die Konferenz, Kapitelmarken, ihr kennt das alles. Hier einmal die Ergebnisse der Vorwoche und die Tabelle im Überblick. Drückt Pause, wenn euch das im Tiefergehen interessiert. Ansonsten los geht's mit der Prognose. Viel Spaß. Der SV Werder Bremen sollte mittlerweile ganz genau wissen, wo er steht. Denn von unten klopfen die Kellerkinder an und der SV Werder Bremen würde sich lieber auf eine sichere Mittelfeldsaison einlassen. Das ist mittlerweile nicht mehr gewährleistet. Und für die Gäste aus Frankfurt heißt es jetzt Champions League Plätze verteidigen. Und das ist durchaus möglich nach dem guten Erfolg zuletzt gegen den FC Bayern München. Diesem 2 zu 1 ist man hier im Weserstadion klarer Favorit. Letzte Saison auch hier deutlich gewonnen. Die erste Offensivaktion in Anführungszeichen gehört. Aber den Gastgebern doch. Es war eine deutliche Abseitssituation. Frankfurt verhalten, abwarten. Nicht unbedingt so zu erwarten gewesen. Aber die Bremer mussten dann auch erstmal das Spiel machen. So schlecht machten sie es nicht, wie man es hätte erwarten müssen. Denn nach vorne geht in dieser Saison doch herzlich wenig bei Grün-Weiß. Knappe halbe Stunde gespielt. Frankfurt übernahm jetzt mehr und mehr das Kommando. Kamada holt sich hier den Ball. Scheitert dann Pavlenka und nochmal Kamada. Ja, das hätte es schon wieder sein können für die gut aufgelegten Frankfurter. Erst Pavlenka, der gut reagiert. Dann ist Toprak da und geht in den Zweikampf. Frankfurt aber wurde nochmal stärker. Ayman Barkok mit dem Ball am Fuß. Barkok kommt nicht durch gegen Toprak, aber Jobet Schulze, ich nochmal den Ball, Silva muss heute nochmal aussetzen. Kostic, Kostic mit dem rechten Fuß. Dann sucht er den Abstoß. Pavlenka hält den Ball danach. Dann auch erstmal halbzeit die SGE, die deutlich spielüberlegende Mannschaft. Aber Stand 0 zu 0 für den SV Werder Bremen wäre das ja sicherlich als Erfolg zu verzeichnen. Aber in der Anfangsphase, da konnte der SVW tatsächlich sogar auch offensiv ein bisschen gefallen. Jovic, jetzt zu Kamada und Daishi Kamada. Ein hochveranlagter Fußballer, der ab und an dann vor dem Kasten seine Qualitäten vergisst, denn die hat er ohne Frage. Knapp über eine Stunde gespielt. Eintracht Frankfurt wollte jetzt auf das 1 zu 0 drängen. Das ist wieder Kamada zu Eimann Barkok. Jetzt wieder Pavlenka, der bislang fehlerlos hier auftrat. Wirklich viele Chancen vereitelte. Auch ein paar 100%er, die nicht hinter ihm landeten. Der anschließende Eckstoß von links getreten. Kostic am ersten Pfosten. Jetzt ist er da. Daishi Kamada mit dem 0 zu 1. Kleines Zeichen an die Kritiker. Finger vor Mund. Ja. Ich habe doch gar nichts gesagt. Er steht 1 zu 0 für Frankfurt am Freitagabend. Super Kopfball. Am zweiten Pfosten steht dann keiner. Pavlenka überwunden und Gebris Selassie am ersten Pfosten schaut traurig hinterher. Die Gäste wollten auch nichts mehr anbrennen lassen. Nochmal Frankfurt mit Sebastian Rode und wieder Werder Bremen mit Pavlenka, der das Spiel hier offen hielt. Die Vorentscheidung erst mal vertagte. Und tatsächlich kam dann noch einmal der SV Werder. Möwald leitet den Konter ein mit Milot Rashica. Ein weiter Schlag zu Felix Agus. Sargent jetzt gerade noch im Abseits. Lässt sich fallen. Sargent mit dem Seitfallzieher. Aber wirklich gefährlich wird es hier nicht für Kevin Trapp. So blieb es am Ende beim 1 zu 0 Frankfurt. Über 90 Minuten gesehen schon die bessere Mannschaft. Dementsprechend auch verdienter Sieger. Werder Bremen konnte aber zumindest Ansätze zeigen. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz am 23. Spieltag. Diese vier Spiele haben wir für Sie vorbereitet. Der FC Bayern München nach der Pleite gegen Eintracht Frankfurt in der Bringschuld. Denn RB Leipzig kratzt und sticht so langsam von hinten. Gegen den 1. FC Köln ist das im Prinzip eine Formsache. Aber die Form, sie ist vor allem in der Bundesliga momentan extrem schwankend. Nachdem die Form beim VfB Stuttgart zuletzt eher schwach war, konnten sie mittlerweile wieder mehr Fuß fassen. Für einen Aufsteiger mit jung besetzter Mannschaft sicherlich ganz normal. Und die sind auf Platz 10 in der Tabelle ziemlich in sicheren Fahrwassern. Trotzdem, es fehlen noch ein paar Punkte. Heute gegen den Tabellenletzten FC Schalke 04 ist es klar, soll es für die Schwaben den nächsten Heimsieg geben. Und möglich ist das allemal. Und hier in Dortmund ist ein Heimsieg ebenfalls eingeplant. Denn zu Gast ist Arminia Bielefeld. Die Arminen, die sich in den letzten Wochen extrem schwer tun, aber eben auch die Bayern geärgert haben beim 3 zu 3. Aber da muss schon vieles zusammenlaufen, dass das heute wieder so klappt. Dortmund scheint wieder die richtige Fußballtaktik gefunden zu haben und ist hier klarer Favorit. Und im vierten Spiel haben wir auch einen klaren Favoriten. Das ist der VfL Wolfsburg, der Hertha BSC zu Gast hat. Die Mannschaft von Pal Dada hier unter enormem Druck. Denn sie haben 18 Punkte, nur noch ein Punkt Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz. Punktgleich mit Platz 16 in Arminia Bielefeld. Und die Arminen haben ja noch ein Nachholspiel. Also wichtig für die Hertha, aber Wolfsburg. Es spricht im Prinzip alles für die Elf von Oliver Glasner. Starten wir in München. Starten wir in München. Der FC Bayern in den roten Trikots von links nach rechts. Und wir sehen es, Schupomo Ting und Roka, die in der Startelf nicht unbedingt zu erwarten waren, nach dem, was in der letzten Woche gegen Frankfurt gespielt wurde. Aber die Spieler, sie fallen eben nicht vom Himmel. Und heute gegen den 1. FC Köln müssen sie eben gewinnen. Das ist eine Pflicht, die sie zu erfüllen haben. Und der 1. FC Köln, er hat gezeigt, dass er große Mannschaften erlangen kann. Dortmund, Gladbach, dort jeweils auswärts gewonnen. Aber trotzdem, die Chancen stehen hier unglaublich gut für den FC Bayern München. Und sie setzen sich hier halt auch gleich vorne fest mit Kingsley-Kommander, der in den Strafraum einzieht. Mit drei Mann wird er da gedeckt. Roka dann völlig frei. Lewandowski zurückgelegt zu Schupomo Ting. Und so schnell kann es dann klingeln. Etwas mehr als sechs Minuten gespielt. Und der FC Bayern München geht in Führung gegen den 1. FC Köln, der hier noch gar nicht auf dem Feld zu sein scheint. Aus zehn Metern kommt Schupomo Ting da frei zum Abschluss. Der bedankt sich. Ansonsten wäre auch Kimmich da gewesen. Das ist nicht mal wirklich ein guter Schuss. Der ist einfach nur flach und hart genug, sodass Timo Horn nicht mehr rankommt. Was für ein Auftakt hier in der Allianz Arena. Tor in Wolfsburg. Gabi jetzt für Köln und ein Tor in Wolfsburg. Ebenfalls das frühe 1 zu 0 für die Gastgeber. Yannick Gerhardt bringt die Favoriten in Front. Es ist für die Hertha der nächste Albtraum. Gegen Leipzig hatte man sich eine Halbzeit lang gut geschlagen. Hier ist man ganz früh in der VW Arena im Hintertreffen. Gerhardt, der sich da drehen kann, abschießen kann auf der 10. Mittlerweile seinen richtig guten Posten gefunden zu haben scheint. Für Rune Jahrstein ist dort nichts. Aber auch gar nicht zu halten. Ein Albtraum ebenfalls wie in München für Köln. Hier in Wolfsburg für die Hertha. Das kann eigentlich nicht schlechter losgehen. Und es wurde eben angesprochen. Tor in Dortmund. Irgendwann müssen sie Punkte holen. Und vielleicht geht Bielefeld jetzt auch davon mit einem Tor in Dortmund. Das können wir erstmal verneinen. Denn das 1 zu 0 erzielt der Mann der Stunde. Erling Haaland für Schwarz-Gelb gegen Arminia Bielefeld hier im Niederlande-Dress. Der Mann ist komplett in orange gekleidet. Da wird Erling Haaland geleitschutz geboten. Mehr ist das dann aber auch nicht von Arminia Bielefeld, die lange Zeit in dieser Saison ein gutes Torverhältnis hatten. Mittlerweile geht ihn auch das vor die Hunde. Es ist aber auch nicht einfach, wenn man Erling Haaland verteidigen muss. Wir haben drei Tore gesehen. 3x1 zu 0. Ein Spiel fehlt noch. Da steht 0 zu 0. Und das findet in Stuttgart statt. Zu Gast der FC Schalke. Vielleicht können wir hier mal ein bisschen durchatmen. Aber der VfB Stuttgart auch im 16er. Förster Mangala. Da ist die Abschlussmöglichkeit. Jao schmeiße ich aber rein. Und Kirlasinac klärt erstmal. Sodass der Gegenangriff eigentlich gestartet werden kann. Mit Hoppe und Harit. Aber das zieht sich so ein bisschen hin. Hoppe im Beide sind sie den Strafraum ein. Und wir haben schon wieder ein Tor in Wolfsburg. Die Hertha droht hier auseinander zu brechen. 15. Minute 2 zu 0 für den VfL. Das gibt es ja nicht. Wehorst gegen Bielefeld. Nicht selber getroffen. Hier wieder eher in der vorbereitenden und assistierenden Rolle. Arnold mit dem Kopf. Ja will man da Jahrstein irgendwie was vorwerfen. Er steht da vielleicht ein bisschen zu weit vorm Kasten. Aber das ist defensiv wirklich eine Katastrophe. Das was gegen Leipzig noch gut geklappt hat. Und da muss ich erstmal wieder meine Worte finden. Was gut geklappt hat gegen Leipzig. Das ist hier überhaupt nicht zu sehen. Das ist schwach. Es steht 2 zu 0. Und das könnte hier richtig übel werden. Die Hertha muss jetzt langsam aufwachen. Sonst wird es richtig brutal. Köln scheint sich gefangen zu haben. Fürs Erste scheint das der Fall zu sein. Bei den Geißböcken, die hier in komplett gelb auftreten. Jetzt haben sie sogar eine Kontermöglichkeit. Da sind die Bayern ja verwundbar. Isiboe aber verliert den Ball. Roca ebenfalls aber sehr fahrlässig mit dem Spielgerät am Fuß. Rex Beschei. Emanuel Dennis legt nochmal raus. Schiri bekommt da auch erstmal Luft zum Atmen. Schiri. Duda kommt aber nicht durch. Der Ball zu Jakob. Süler hat den Ball. Bayern hat den Ball. Hier ist es nicht spektakulär. Steht 1 zu 0. So sieht es auch in Dortmund aus. Es ist aber zumindest ein bisschen spektakulärer. Dortmund machte wirklich ein gutes Spiel. Amina Bielefeld jetzt aber auch vorne mal zu finden. Mit Wlapp und Kloos. Die gegen die Bayern überzeugten beim 3 zu 3. Aber jetzt gegen Wolfsburg zuletzt wieder abfielen. Da haben wir einmal die Ergebnisse, die Zwischenergebnisse im Überblick. Vier Tore schon gefallen. Hier immerhin auch eines davon. Und Holland hat eine sehr gute Übersicht. Jadon Sancho zu Marco Reus. Es wird ein bisschen wenig draus. Es war viel Platz. Da mittlerweile Amina Bielefeld aber wieder ganz gut sortiert. Moray. Auch der hat toll abgeliefert beim Derby gegen den FC Schalke 04. Macht das hier auch ganz locker souverän. Dortmund sollte schnellstens 1 nachlegen. Und wenn C 2 0 erstmal steht, dann wird es für Bielefeld brutal schwer nochmal zurückzukommen. Holland nochmal. Julian Brandt. Wo bleibt der Abschluss? Wir warten so ein bisschen drauf. Das zieht sich und zieht sich und zieht sich. Und deswegen hat Bielefeld den Ball. Und wir geben ab. Wir sind hier wieder in Stuttgart. Knappe halbe Stunde jetzt gespielt. 0 zu 0. Wir haben es eben kurz in der Übersicht gesehen. Der einzige Platz, auf dem es noch nicht geklingelt hat. dürfte erstmal für den FC Schalke 04 das bessere Zeichen sein. Auf der anderen Seite ist es schon das Motto seit Wochen. Punkte, einfache Punkte helfen Schalke auch nicht weiter. Sie müssen halt gewinnen. Da führt gar kein Weg drum herum. Stuttgart könnte am Ende des Tages wahrscheinlich sogar besser mit dem 0 zu 0 leben oder mit dem Unentschieden. Aber auf der anderen Seite auch das dann wieder eher eine vertane Chance gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten. Das muss man sich immer wieder nochmal vor Augen rufen oder vor Augen führen. Kalejcic mit dem Ball am Fuß schließt ab. Lange hat den Ball. Wir schauen nochmal auf diese Möglichkeit. Immerhin mal wieder ein Torschuss. Und wir geben ab nach München. Bayern schraubt hier am 2 zu 0. Sané feiert, feiert nicht. Und Robert Lewandowski feiert auch nur ganz kurz. Gucken wir natürlich nochmal drauf. Hier noch kein Abseits. Dann hier beim Abschluss von Kimmich. Ja, das ist haarscharf. Die Linie wird sehr schnell gezogen. Robert Lewandowski im Abseits. Gucken wir hier nochmal drauf. Ja, hier eben noch keine Abseitsposition. Drüben wird es aufgehoben. Dann aber hier. Dann geht er zum Ball. Leroy Sané schließt zwar erfolgreich ab. Aber der Treffer zählt vollkommen zu Recht nicht. Aber die Bayern sind schon wieder im Ballbesitz. Spiel wurde schon fortgeführt. Und Sané. Jetzt hätte der Treffer gezählt. Also den hätte er gerne mal machen können. Tor in Stuttgart. 2 zu 0. Und wir haben den ersten Treffer in Stuttgart. Für die Gäste. Suat Serdar 41. Spielminute. Ist das etwas sowas wie Hoffnung, was hier beim FC Schalke 04 aufkommt? Das gibt es ja gar nicht. Die defensive Anfälligkeit des VfB Stuttgart konnte zuletzt gegen den 1. FC Köln oder vom 1. FC Köln nicht ausgenutzt werden. Aber hier Suat Serdar für mittlerweile doch mutige Schalker. Er sticht erstmal zu. Da kann man sich nicht beschweren. 41. Spielminute. Das wäre erstmal hier ein kleines Ausrufezeichen. Zur Pause sollte der FC Schalke 04 die Führung erstmal in die Katakomben retten. Sieht ganz gut aus. Der VfB Stuttgart ja auch durchaus mit einer Heimschwäche. Wir gucken später weiter. Zum VfL Wolfsburg, der von Heimschwäche oder Heimgegentor oder Gegentor überhaupt gar nichts mehr weiß. Davon hören sie nichts. Und es kommt schon wieder der VfL. Wehorst zu Renato Steffen. Der schließt selber ab und macht das 3 zu 0. Die Hertha hatte sich eigentlich gefangen nach dem 2 zu 0 nach einer Viertelstunde. Aber jetzt kommt es doch wieder über sie. Wehorst wieder in der Vorbereiterrolle. Fühlt er sich scheinbar mittlerweile richtig wohl drin. 3 zu 0. Khedira geht eigentlich noch hin, aber läuft so ein bisschen am Ball vorbei. Ist ihm aber tatsächlich kein Vorwurf zu machen. Es läuft alles gegen Hertha. Das ist nahezu hier erledigt. Und in Dortmund. Hier ist noch nichts erledigt. Arminia Bielefeld mittlerweile mutig. So richtig große Torchancen kamen nicht bei rum. Jetzt ist es auch erstmal Halbzeit. Und das 1 zu 0 geht auch absolut in Ordnung. Das ist ja gar keine Frage. Aber sie dürfen es nicht verpassen, die Schwarz-Gelben zu erhöhen. Nicht, dass es am Ende nochmal eng wird. Das hatte man hier in Dortmund auch schon des Öfteren gehabt. Also 1 zu 0. Wir gucken uns auf die Zwischenergebnisse. Und dann geht es weiter in der zweiten Halbzeit. Ja, hier habt ihr einmal die Ergebnisse im Überblick. Bayern 1 zu 0 gegen Köln. Dortmund 1 zu 0 gegen Bielefeld. Wolfsburg sogar 3 zu 0 gegen Hertha. Stuttgart Schalke 0 zu 1. Ja, lasst doch gerne einen Daumen nach Romunabu da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Es geht weiter mit der zweiten Halbzeit. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Da sind wir wieder. Der 1. FC Köln liegt nur mit 1 zu 0 hinten. In München. Hat damit durchaus berechtigte Hoffnungen auf einen Punkt. Aber sollte der 1. FC Köln hier tatsächlich gegen die Bayern, die zwar nicht so gut drauf sind, wird aber trotzdem eben die Bayern sind, einen Punkt mitnehmen. Wir schauen auf den Treffer von Schuko Muting aus der ersten Halbzeit. Ist ja ziemlich früh gefallen. Knapp sieben Minuten waren da gespielt. Köln muss sich auf jeden Fall was einfallen lassen. Ansonsten kommt hier nicht mehr viel zustande. Steht aber eben angesprochen. Nur 1 zu 0. Anders sieht es aus in Wolfsburg. Da würde die Hertha sicherlich einiges tun, um nur ein 1 zu 0 hier zu haben. Aber sie haben eben in der ersten Halbzeit nicht dafür genug getan. Dementsprechend steht es deutlich 3 zu 0. Und um überhaupt hier was mitzunehmen. Ja, es fehlt einem tatsächlich die Fantasie. Tor in München! Wo soll es herkommen? Und wir haben das nächste Tor in München. Guter Auftakt! 2 zu 0 Robert Lewandowski in der 52. Spielminute. Und es ist eventuell schon der gezogene Stecker bei Köln. Hocker legt es auf. Wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. Der kritisiert wird. Auch zu Recht beobachtet wird. Hier legt er auf. Gut Lewandowski macht das dann auch in unnachahmlicher Manier. 52. Minute. 2 zu 0 hier. Das ist doch eine ziemlich gute und vernünftige Ausgangslage für die Bayern. Diese gute Ausgangslage würde sich auch der BVB ganz gerne herausspielen. Dieses 2 zu 0. Es liegt hier nicht zwangsläufig in der Luft. Aber Dortmund immer wieder dafür zu haben, vorne schnell mal zuzuschlagen. Auch dann aus dem Nichts. Sie lassen Bielefeld tatsächlich auch so ein bisschen spielen. Die Mannschaft von Uwe Neuhaus weiß nicht allzu viel mit dem Ball anzufangen. Also alles so, wie man es eigentlich erwarten konnte. Aber den Fehler wird der BVB auch nicht begehen, hier komplett die Offensive einzustellen. Elfmeter in Wolfsburg. Und Elfmeter in Wolfsburg ist wichtiger. Für den VfL verursacht von Lukas Klünter und es könnte jetzt richtig übel für die Hertha werden. Handspiel von Klünter aus dieser Position eher schlecht zu erkennen. Und Wout Wehorst, ja er hat schon verschossen Elfmeter in dieser Saison, aber er wird direkt vorher ausgewechselt. Das ist ja vielleicht mal ein Zeichen von Glasner und Bialek mit dem ersten Ballkontakt. Er zittert den Ball über die Linie. Das war kein guter Elfmeter. Aber jeder Elfmeter, der drin ist, ist herausragend. Deswegen ist gut hier eigentlich gar kein Kriterium. Der Ball ist drin, auch wenn Jaschstein nicht gut aussieht. Erster Ballkontakt, Bialek. Das ging doch jetzt relativ schnell. So schnell, als wäre er zum Elfmeterpunkt hingesprintet. Erster Ballkontakt kann sich sehen lassen, zumindest vom Ergebnis her. Ausführung beim Elfmeter, wie gesagt, zweitrangig maximal. Hier steht es 4-0. 0-1 steht es in Stuttgart. Und damit hätte man nicht unbedingt rechnen können. Und der FC Schalke 04, er macht weiter mutig. Stambouli kommt nicht durch. Und Serdar, 0-2. 60. Minute. Der FC Schalke 04 geht mit 2-0 in Führung. Die Hacke hier dann. Stambouli, der selber versucht abzuschließen. Der Ball gerät. Vor die Füße von Serdar. William muss sich da noch in Acht nehmen. Eben nicht, dass er noch angeschossen wird. Hätte auch passieren können. Wäre typisch gewesen für die Saison der Schalker. Aber auf jeden Fall haben wir hier ein 2-0 nach 60 Minuten für den FC Schalke 04. Und wir haben, glaube ich, ein Elfmeter in München. Ist das richtig? Das ist richtig. Elfmeter für den FC Bayern. Die Möglichkeit jetzt endgültig alles klar zu machen. Robert Lewandowski mit dem Ball an Fuß gegen Horn. Und er macht es ganz überlegt. Unten rechts rein. 61. Minute. 3-0 für den FC Bayern. Noch mal ein Ausrufezeichen. Robert Lewandowski auch für sich und seine Quote auf Rekordjagd. Die magische 40-Tore-Marke zu knacken. Super platziert. Jetzt kann man sich dann als Schütze ein bisschen sicherer sein, wenn man den so setzt. Aber Tor ist Tor. Gut gemacht von Lewandowski. Timo Horn spekuliert auf die Mitte. Verspekuliert er sich. Und jetzt muss man vielleicht tatsächlich beim 1. FC Köln wieder nachdenken, während hier Thiago Dantas kommt für Schuppo Mutting. Beim 1. FC Köln ist ein Augenmerk auf das Torverhältnis zu richten. So richtig gut ist das nämlich nicht. Bielefeld kann ein Lied davon singen. Bielefeld kann ein Lied davon singen, wobei es aber eben aktuell besser aussieht. Und da sehen wir mal die Zwischenergebnisse. Also schon einiges passiert. Zehn Tore, immerhin. Nach einer knappen Stunde. Und jetzt kommt Vlapp für Arminia Bielefeld. Doch richtig gefährlich wird es hier nicht für das Tor von Marvin Hitz, der ein bisschen rumspielt. Wenn Bielefeld vorne rauf geht, müssen die halt richtig Druck machen. So kann Emre Can relativ unbedrängten Pass zum Morai spielen. Und der hat auf der rechten Außenbahn ein bisschen Platz. Reus, Julian Brandt im Ballbesitz. Dafür noch ein bisschen mitwirken. Thomas Delaney, Erling Haaland am Ball. Aminia Bielefeld sehr passiv. Da kommt der Ball raus zu Marco Reus. Also, ja, es steht immer noch nur 1 zu 0. Aber es gibt jetzt eine aussichtsreiche Freistoßposition. 69. Spielminute. Also knapp über 20 sind hier noch zu gehen. Dortmund tut wirklich gut daran, sich hier von Bielefeld auch nicht einschläfern zu lassen. Und von daher ist das jedoch eine große Möglichkeit, alles klar zu machen. Denn das wäre das 2 zu 0, ohne Frage. Jetzt wird aber nochmal gewechselt. Und dafür haben wir ja eigentlich keine Zeit. Sollte aus diesem Freistoß was passieren, dann melden wir uns. Ansonsten geben wir jetzt erstmal ab nach Wolfsburg. Ja, wobei hier tatsächlich schon alles klar ist. Also klarer als klar. 4 zu 0, das ist ganz sicher eine Frage der Höhe. Wolfsburg will weiterhin ohne Gegentor bleiben. Seit, ja, etlichen Wochen haben sie ja keinen Treffer mehr schlucken müssen. Und die Hertha arbeitet dran, aber auch jetzt gegen Leipzig wieder kein Treffer erzielt. Es ist für die Hertha wie verflixt über die... Tor in München! ...linke Seite kommend. Aber wir haben einen Treffer in München, der ist mal wieder wichtiger. 3 zu 1. Ein Lebenszeichen des 1. FC Köln. Von Emmanuel Dennis erzielt. Vorbereitet von Elias Schiri. Martínez ist da, eingewechselt worden. Und lässt dann Emmanuel Dennis da so ein bisschen... Tor in Dortmund! Handeln. 3-1 hier. Und Tor... Dortmund 1-1 etwa? Nein! 2 zu 0. Thomas Delaney. Mit... Ja, man tut sich da immer ein bisschen schwer, aber Bielefeld wird hier nicht in der Lage sein, zwei Tore zu erzielen. Reus zu Delaney. Der kann sich da schön drehen, macht es in fast Mittelstürmer-Manier, möchte man sagen. Vorbei an Stefan Ortega. Der muss mal wieder einen Treffer schlucken. Spielt eigentlich eine gute Saison der Ortega. Aber zuletzt gegen Wolfsburg. Vor allem, da sah er ganz mies aus. Beim ein oder anderen Treffer. Vor allem beim 2 zu 0. Ja, und hier steht es jetzt ebenfalls 2 zu 0. Bielefeld muss aufpassen, hier nicht unter die Räder zu kommen. Tor in Wolfsburg. Viertelstunde noch zu spielen. Und wir haben nochmal ein Tor in Wolfsburg. Gibt's ja gar nicht. Der VfL Wolfsburg kann noch Gegentore kassieren. Christoph Piontek mit dem 4 zu 1. Das hilft am Ende eigentlich niemandem. Vielleicht aber, vielleicht dient es dem Selbstvertrauen von Christoph Piontek. Es wäre ihm zu wünschen. Aber gut, hier ist trotzdem alles klar. Und hier in Stuttgart ist noch nicht alles klar. Sollte hier der Anschlusstreffer fallen, dann werden den Königsblauen nochmal die Knie schlottern. Das ist ganz, ganz, ganz gewiss. Und Kalajcic, der Gegenangriff läuft. Tor in München. Aufgerückt, unnötig eigentlich. Und abseits hier und Tor in München. Das gibt es doch nicht. Das ist nicht zu glauben. Es steht 3 zu 2. Der 1. FC Köln. So lange sollten sie sich hier nicht feiern lassen. Denn sie haben noch etwas mehr als 10 Minuten Zeit hier. Ja, wirklich eine Sensation zu schaffen. Ich sag's einfach mal. Nach 3 zu 0 in München am Ende fast, oder die Möglichkeit zu haben, 3 zu 3 zu spielen. Ja, das wäre natürlich unglaublich. Und würde einen super Schub geben im Kampf gegen den Abstieg. Dominik Drexler ist hier der Torschütze. Wird jetzt auch nicht viel umjubelt von den Fans der Geisböcke. Aber so kann man sich wieder Kredite erspielen. Und ja, etwas mehr als 10 Minuten noch zu spielen. 3 zu 2, dass sich die Bayern das nochmal nehmen lassen. Ja, das wäre unfassbar. Aber diesen Bayern in der aktuellen Verfassung durchaus zuzutrauen. Und ist den Stuttgartern hier noch ein 2 zu 2 zu zutrauen? Gegen Union Berlin sah es auch lange schlecht aus. Dann haben sie am Ende sich noch ein spätes 2 zu 2 erkämpft. Aber der FC Schalke 04, er macht es doch überraschend souverän und gut aktuell. Auch mit diesem 2 zu 0 oder mit diesem Sieg, dem Potenziellen, würden sie noch keine Bäume ausreißen. Ist klar. Aber es wäre der Hoffnungsschimmer. Vielleicht der entscheidende. Man weiß es nicht. Zu viel wollen wir nicht reininterpretieren. Erik Tommi kommt nämlich. Lange ist das hier nicht noch nicht vorbei. Mangala. Stamboli, der sich gut reinschmeißt. Hier eine Leistungssteigerung zeigt. Im Gegensatz zum Spiel gegen Dortmund. Vor allem auch keine individuellen Fehler mehr. Endo zu Kalajic. Der hat jetzt zu viel Platz. Und macht dann doch den Anschluss. 88. Spielminute. Der VfB darf nochmal hoffen. Und in der aktuellen Phase ist es fast folgerichtig, dass Sasaka Lajicic als Torschütze aufgeführt wird. Mit dem linken Außenriss angenommen. Mit rechts vollendet. 1 zu 2. Es gibt noch eine kleine Hoffnung. Und in München für Köln ebenfalls. Ja, aber sie müssen sich ranhalten. Die Kölner. Viel ist eben wirklich nicht mehr zu gehen. Die Bayern schenken jetzt hier den Ball her. Es wäre tatsächlich eine unglaubliche Geschichte. Der Moral für die Elf von Markus Gießdoll. Ansonsten vielleicht trotzdem ein bisschen was, was Mut macht im Abstiegskampf. Von einem 3 zu 2 kann man sich aber nichts kaufen. Oben, wir sehen es, Wolfsburg-Herrte bereits vorbei. Das Spiel 4 zu 1 gewinnen da. Die Wölfe kassieren mal wieder ein Gegentor. Aber Köln kommt hier aber nicht mehr an den Ball. Und so richtig druckvoll spielen sie nicht. Bayern mit dem weiten Ball nach vorne. Das gibt Zeit. Nachspielzeit ist eigentlich rum. Kingsley Coman hat den Ball dann auch mal am Fuß. Davis rückt nach. Und auch Dortmund-Bielefeld vorbei. Mit 2 zu 0 gewinnt der BVB. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist hier Schluss. Bayern gewinnt mit 3 zu 2. Wurde am Ende knapper als notwendig. Aber die drei Punkte sind da. Und das dürfte den FC Bayern beruhigen. Die drei Punkte für Schalke. Noch nicht im Sack, wie ich höre. Es gibt einen letzten Standard. Eckball von der rechten Seite. Reingetreten. Serdar ist dabei. Zu Castro. Boah, der verliert hier fast den Ball. Gefährlich. Castro muss eigentlich den Ball hereingeben. Castro, wo bleibt der Ball? Wo bleibt die Flanke? Zurückgelegt zu Mavropanos. Und jetzt wird abgefiffeln. Ja, das haben sie verschludert. Diese Situation hätten sie irgendwie besser ausspielen können. Ausspielen müssen. Und so gewinnt Schalke zum zweiten Mal in dieser Saison. Zum ersten Mal auswärts. Das ist doch mal ein kleines Zeichen. Ist es ein Licht im Tabellenkeller? Oder ist es die rote Laterne, die hier entflammt und vielleicht nochmal weitergereicht wird? Naja, wer weiß das schon. 1 zu 2 für Stuttgart. Er hat erstmal einen Rückschlag. Und Schalke hat wieder Hoffnung. Bleiben sie am Ball. Für die Gäste. Suat Serdar. 41. Spielminute. Ist das etwas sowas wie Hoffnung, was hier beim FC Schalke 04 aufkommt? Das gibt es ja gar nicht. Die defensive Anfälligkeit des VfB Stuttgart konnte zuletzt gegen den 1. FC Köln oder vom 1. FC Köln. Die Hacke hier dann Stambouli, der selber versucht abzuschließen. Der Ball gerät vor die Füße von Serdar. William muss sich da noch in Acht nehmen. Nicht, dass er noch angeschossen wird. Hätte auch passieren können. Wäre typisch gewesen für die Saison der Schalker. Und zeigt im Gegensatz zum Spiel gegen Dortmund vor allem auch keine individuellen Fehler mehr. Endo zu Kalejcic. Der hat jetzt zu viel Platz. Und macht dann doch den Anschluss. 88. Spielminute. Der VfB darf nochmal hoffen. Und in der aktuellen Phase ist es fast folgerichtig, dass Sasaka Lajcic als Torschütze aufgeführt wird. Mit dem linken Außenriss angenommen. Mit rechts vollendet. 1 zu 2. Es gibt noch eine kleine Hoffnung. Strafraum einzieht. Mit drei Mann wird er da gedeckt. Rocker dann völlig frei. Lewandowski zurückgelegt zu Schupo-Mutting. Und so schnell kann es dann klingeln. Etwas mehr als sechs Minuten gespielt. Und der FC Bayern München geht in Führung. Gegen den 1. FC Köln, der hier noch gar nicht auf dem Feld zu sein scheint. Aus 10 Metern kommt Schupo-Mutting. Da frei zum Abschluss. Der bedankt sich. Ansonsten wäre auch Kimmich da gewesen. Das ist nicht mal wirklich ein guter Schuss. Der ist einfach nur flach und hart genug. 2 zu 0 Robert Lewandowski in der 52. Spielminute. Und es ist eventuell schon der gezogene Stecker bei Köln. Rocker legt es auf. Das wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. Der kritisiert wird. Auch zu Recht beobachtet wird. Hier legt er auf. Gut, Lewandowski macht das dann auch in Unnacht. Das ist richtig. Elfmeter für den FC Bayern. Die Möglichkeit jetzt endgültig alles klar zu machen. Robert Lewandowski mit dem Ball an Fuß gegen Horn. Und er macht es ganz überlegt. Unten rechts rein. 61. Minute. 3 zu 0 für den FC Bayern. Noch mal ein Ausrufezeichen. Robert Lewandowski auch für sich und seine Quote auf Rekordjagd. Und die magische 40-Tore-Marke zu knacken. Super platziert. Kann man sich dann als Schütze ein bisschen sicherer sein, wenn man den so setzt. Aber Tor ist Tor. 3 zu 1. Ein Lebenszeichen des 1. FC Köln. Von Emmanuel Dennis erzielt. Vorbereitet von Elias Schiri. Martinez ist da. Eingewechselt worden. Und lässt dann Emmanuel Dennis da so ein bisschen. Tor in Dortmund. Das gibt es doch nicht. Das ist nicht zu glauben. Es steht 3 zu 2. Der 1. FC Köln. So lange sollten sie sich hier nicht feiern lassen. Denn sie haben noch etwas mehr als 10 Minuten Zeit hier. Ja wirklich eine Sensation zu schaffen. Ich sag's einfach mal. Nach 3 zu 0 in München. Am Ende fast. Oder die Möglichkeit zu haben. 3 zu 3 zu spielen. Ja das wäre natürlich unglaublich. Und würde einen super Schub geben. Das können wir erstmal verneinen. Denn das 1 zu 0 erzielt der Mann der Stunde. Erling Haaland. Für schwarz-gelb gegen Arminia Bielefeld hier im Niederlande Dress. Komplett in Orange gekleidet. Da wird Erling Haaland Geleitschutz geboten. Mehr ist das. Stein. 2 zu 0. Thomas Delaney. Mit... Ja man tut sich da immer ein bisschen schwer. Aber Bielefeld wird hier nicht in der Lage sein. Zwei Tore zu erzielen. Reus zu Delaney. Der kann sich da schön drehen. Macht es in... Fast Mittelstürmer-Manier möchte man sagen. Vorbei an Stefan Ortega. Der muss... Mal wieder... Ebenfalls das frühe 1 zu 0 für die Gastgeber. Yannick Gerhard bringt die Favoriten in Front. Es ist für die Hertha der nächste Albtraum. Gegen Leipzig hatte man sich eine Halbzeit lang gut geschlagen. Hier ist man ganz früh in der VW Arena im Hintertreffen. Gerhard der sich da drehen kann. Abschießen kann auf der 10. Mittlerweile sein. Die Hertha droht hier auseinander zu brechen. 15. Minute. 2 zu 0. Für den VfL. Das gibt es ja nicht. Wehorst. Gegen Bielefeld. Nicht selber getroffen. Hier... Wieder eher in der vorbereitenden und assistierenden Rolle. Arnold mit dem Kopf. Ja will man da Jahrstein irgendwie was vorwerfen. Er steht da vielleicht ein bisschen zu weit vorm Kasten. Aber das ist defensiv wirklich eine Katastrophe. Deswegen was er überhaupt gar nichts mehr weiß. Davon hören sie nichts. Und es kommt schon wieder der VfL. Wehorst zu Renato Steffen. Der schließt selber ab und macht das 3 zu 0. Die Hertha hatte sich eigentlich gefangen nach dem 2 zu 0 nach einer Viertelstunde. Aber jetzt kommt es doch wieder über sie. Wehorst. Wieder in der vorbereitenden Rolle. Fühlt er sich scheinbar mittlerweile richtig wohl drin. 3 zu 0. Khedira geht eigentlich noch hin. Aber läuft so ein bisschen am Ball vorbei. Ist ihm aber tatsächlich kein Vorwurf zu machen. Das ist ja vielleicht mal ein Zeichen von Glasner. Und Bialek mit dem ersten Ballkontakt. Ballkontakt. Er zittert den Ball über die Linie. Das war kein guter Elfmeter. Aber jeder Elfmeter da drin ist, ist herausragend. Deswegen ist gut hier eigentlich gar kein Kriterium. Der Ball ist drin. Auch wenn Jarstein nicht gut aussieht. Erster Ballkontakt. Bialek. Das ging doch jetzt relativ schnell. So schnell, als wäre er zum Elfmeterpunkt hingesprintet. Erster Ballkontakt kann sich sehen lassen. Zumindest vom Ergebnis her. Ausführung beim Elfmeter. Wie gesagt, zweitrangig maximal. Gibt es ja gar nicht. Der VfL Wolfsburg kann noch Gegentore kassieren. Christoph Piontek mit dem 4 zu 1. Das hilft am Ende eigentlich niemandem. Vielleicht aber, vielleicht, dient es dem Selbstvertrauen von Christoph Piontek. Das Topspiel am Samstagabend hatte es durchaus in sich. RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach und die Fohlenelf. Sie muss wirklich aufpassen, in dieser Liga nicht im Niemandsland zu versinken. Und so spielten sie von Beginn auch mutig, gut nach vorne. Wollten hier RB Leipzig keinerlei Respekt zeigen. Die Leipziger mittlerweile ja tatsächlich den Bayern wieder auf den Fersen. Hier aber erstmal eine eklatante Abseitsposition. Aber von Leipzig, die vor allem in der Defensive eben gut sind, kam nach vorne doch relativ wenig. Zuletzt gegen die Härte hatte man auch nach vorne einige Zeit was vermissen lassen. Hier sind es dann erste Halbabschlüsse. Aber auch die gehörten den Gästen mit Valentino Lazzaro, der hier nicht richtig durchkommt und geblockt wird. Wichtige Aktion von Willi Orban. Kurz vor dem Seitenwechsel dann aber mal Leipzig mit einem Nadelstich. Mit Tijang Wan, der hier am Ball ist und in Ballbesitz bleibt. Taidara, schöner Pass zu Angelinio, der hier halb schießt, halb flankt. Wäre kein Abseits gewesen. Benze bei Ine hebt es auf. Dann Jan Sommer mit einer guten Reaktion. Lenkt den Ball in die Mitte. Da räumt dann sein Gladbacher hinter Verbund auf. 0 zu 0 nach 45 Minuten. Das ging schon in Ordnung. So richtig zwingende Möglichkeiten gab es hier eigentlich nicht. Sodass die torlose Partie bis dahin folgerichtig eben von keinem Torschützen gekrönt war. Aber jetzt hätte er da sein müssen in der 60. Minute. Und zwar hätte dieser Yusuf Paulsen heißen müssen. Kommt da frei zum Abschluss vor ihrem Sommer. Aber scheitert am Schweizer Schlussmann, der das gut macht und lange stehen bleibt. Jetzt wieder Gladbach mit Neuhaus. Schöner Pass. Schöner Pass und Gulaschi springt über den Ball hinweg. 69. Minute. 1 zu 0. Alassan Plea. Neuhaus. Schöner Pass. Es ist kein Abseits. Halzenberg. Der hebt es auf. Und Gulaschi ist eigentlich da. Aber der Ball geht einfach durch ihn durch. Und Alassan Plea bleibt in der Szene drin. Hat dann den Ball und schiebt ihn ins freie Tor ein. Das war ein ziemlicher Rückschlag. Letzte Aktion der Partie. Zumindest mit dem Lucky Punch das 1 zu 1 erzielen. Haidara am Ball. Verliert ihn aber sträflich an Benze Baini. Und dann war Schluss. Gladbach gewinnt tatsächlich mit 1 zu 0 in Leipzig. Durchaus überraschend, aber nicht unverdient. Guter Auftritt der Fohlenelf und Leipzig mit einem herben Rückschlag. Der 1. FC Union Berlin konnte sich wieder oben an die internationalen Plätze ranrobben. Aber vor allem auch von unten weiter distanzieren. Das 1 zu 0 gegen den SC Freiburg eben sehr, sehr wichtig. Aber fast noch wichtiger das 4 zu 0. Das Überzeugende von Hoffenheim gegen schwache Bremer am letzten Wochenende. Und hier die erste große Möglichkeit gehörte Marco Ion auf Seiten von Hoffenheim. Guter Abschluss geht dann aber knapp vorbei am Gehäuse der Berliner. Trotzdem war es ein guter, selbstbewusster Auftritt von Hoffenheim. Der Elf von Sebastian Hoeneß. Ion ein zweites Mal zu Bebou. Schöner Pass. auf Christoph Baumgartner. Baumgartner und Bebou momentan das geniale Duo bei der TSG. Ab und an. Und so auch hier hapert es allerdings im Abschluss. Dabour, was für ein Pass für Ilas Bebou und der lässt sich diesmal nicht bitten. 21. Minute, das 1 zu 0 ermöglicht durch diesen tollen Pass von Dabour. Bebou ist eben schnell sogar sehr enteilt den Verteidigern. Das musste Bremen schon letzten Sonntag schmecken. Aber auch diese Kaltschnäuzigkeit, die mittlerweile an den Tag gelegt wurde, für Hoffenheim ganz wichtig. Monastabour mit dem 0 zu 2 von Union Berlin kam wirklich extrem wenig bis gar nichts. Gegen aber auch sehr gute Gäste. Knapp über eine Stunde gespielt. Hoffenheim legte hier wirklich nochmal einen Gang zu. Ion Sebastian Rudi quergelegt zu Pavel Kaderabek. Der mit dem 0 zu 3. Also das war doch tatsächlich jetzt eine faustdicke Überraschung, dass es wieder so deutlich wird. Damit hätte man nicht rechnen können. Und Hoffenheim hatte noch immer nicht genug. Wieder Kaderabek, Baumgartner, Dabour. Viel Platz, viel Freiraum. 0 zu 4. Es wurde heftig. 77. Minute danach. Aber blieb es bei diesem Ergebnis. Hoffenheim konnte nicht mehr nachlegen. Union Berlin verpasste den Ehrentreffer. Und so geht es hier heftig deftig. Mit 0 zu 4 zu Ende. Union Berlin. Was war da denn los? Naja, ein Ausrutscher. Der erste FSV Mainz 05 hat eine jetzt schon unglaubliche Aufholjagd gestartet. Sie sind aber noch lange nicht am Ende. Noch sind sie Tabellen 17. Der FC Augsburg würde hier mit einer Niederlage richtig weit unten reinrutschen. Auf der anderen Seite mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Und Augsburg hatte hier durchaus spielerische Qualitäten zu bieten. Rani Khedira in der 25. Minute. Ja, er ist eben nicht der Torschütze. Aber dass er hier zum Abschluss überhaupt kommt, ist schon mal hervorzuheben. Robin Zentner fragt auch nach. Was ist da denn los? Wie kann denn Khedira da zum Abschluss kommen? Über eine halbe Stunde gespielt. Der erste FSV Mainz 05 tut sich ja leichter aktuell gegen größere Mannschaften. Gegen kleinere und schwächere sieht es schwer aus. Und so folge richtig das 0 zu 1 von Tobias Strobel in der 35. Minute. Da verlieren sie den Mittelfeldmann komplett aus den Augen. Khedira hatte diese Möglichkeit als Sechser noch verpasst. Strobel hat sie gesehen, ergriffen und eiskalt zugeschlagen. Verdient ist 1 zu 0. Der erste FSV Mainz 05. Er tat sich sehr lange schwer. Sehr lange. Keine 10 Minuten mehr zu spielen. Wir sind im zweiten Durchgang. Danny Da Costa jetzt mal. Stöger, Latzer und wir wissen ja, dass sich Mainz gerne bis zu der Schlussphase mit Toren Zeit lässt. Da Costa. Das war mal so eine Chance. 83. Spielminute scheitert aber an Rafael Giekewitz aus spitzen Winkel. Kann vielleicht sogar in die Mitte legen. Trotzdem eine sehr gute Aktion des rechten Flügelspielers. Ackert ja die ganze Seite rauf und runter. Danny Da Costa. Sodass er hinten auch mal fehlt. So wie hier mit Vargas. Der jetzt auch alles klar machen kann. Aber scheitert an Zentner. Szene noch nicht vorbei. Banish. Aber auch er schafft es nicht. 88. Spielminute. Das hätte es natürlich sein können. Und das wäre es auch gewesen. Das 2 zu 0 hätte hier zwei Minuten vor Schluss die Entscheidung bedeutet. Aber Robin Zentner hat nochmal was dagegen. Der wirklich auch teilweise über sich hinauswächst. Ein Punkt wäre hier aber schon wichtig für den ersten FSV. Denn Da Costa leitet nochmal an. Unisivo kommt nicht durch. Rauwe Leo. Aber Coa bekommt den Ball. Latzer zu Philipp Mw. Eine gute Bewegung. Aber noch einmal Giekewitz. Der hätte sowas von gepasst. Es bleibt aber beim 0 zu 1. Weil Giekewitz der Matchwinner. Hier die drei Punkte festhält Augsburg gegen Leverkusen. Haben sie spät einen Treffer schlucken müssen. Jetzt schaffen sie es das Einzelne über die Zeit zu bringen. Und das sind ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Teilweise fragt man sich wirklich, was mit Bayer 04 Leverkusen und dieser hoch veranlagten Mannschaft eigentlich los ist. 1 zu 1 gegen Augsburg mit Hängen und Würgen. Da sich ein Punkt aus der Vogerstadt abgeholt. Das war überhaupt nicht zufriedenstellend. Ein anderes Gesicht musste her gegen Freiburg. Und eigentlich auch das 1 zu 0 in der 11 Minute von Gray. Der den gesperrten DHB ersetzte. Schöner Pass von Würz. Die Fahne ging hoch. Muss wirklich eine Millimeterentscheidung gewesen sein. Die Szene fast ungeschnitten. Wieder Leverkusen. Wendell gewinnt den Ball. Bayley mit Schick im Zusammenspiel. Leon Bayley enteilt da Günther. Und Bayley schweißt den Ball ein. 13. Minute das 1 zu 0. Für die Gastgeber. Florian Müller überwunden. Ja, da schneidet die Kamera und die Regie schön ab. Aber der Ball, er hat auf jeden Fall das Netz berührt. Wir haben es nur leider nicht gesehen. Knapp über eine Viertelstunde jetzt gespielt. Und da kommt auf einmal Ermedin Demirovic. 1 zu 1. In das 18. Spielminute. Der Sportklub antwortet herausragend. Lomp, der Hadecki-Vertreter hier ohne eine Chance. Jetzt wieder Leverkusen. Florian Würz und Schick. Der scheitert an Florian Müller. Patrick Schick, der das hier eigentlich ganz gut macht. Auch Gulde da wegblockt. Müller ist aber schnell unten und kratzt den da raus. Hat er wirklich gut gemacht. Pause war aber noch nicht. Der SC Freiburg noch einmal mit einem Zeichen nach vorne. Petersen, Demirovic zurück zu Nils Petersen. Und Nils Petersen, das gibt es ja nicht. 44. Minute Freiburg dreht das Spiel. Und wieder Bayer 04 Leverkusen. Jenseits von Gut und Böse. Sodass es nach 45 Minuten nicht einmal unverdient 1 zu 2 stand. Aber Peter Boss, er musste sich wieder einige Fragen gefallen lassen. Und diese Fragen, sie hört nicht auf. Höfler, dieser Pass zu Batiste Santa Maria. 1 zu 3. 61. Minute. Was war denn da los? Peter Boss hatte doch eigentlich diese eklatanten Defensivprobleme in seinem Spiel behoben. Hier kam wieder alles auf. Alles das, was man kannte. Da fehlt aber was. Genau. Und zwar die Tore. Die Selbstgeschossenen. Hier kommt schon mal eins. Florian Würz in der 73. Minute mit dem 2 zu 3. Die Hoffnung plötzlich wieder zurückgekehrt. Das war super gespielt. Aber kaufen konnte man sich davon noch nichts. Höler mit dem Fehler. Und Patrick Schick wieder im Zentrum dieser Szene. Schick zu Florian Würz. 3 zu 3. 79. Minute. Was für ein Spiel. Noch einmal eine Wendung. Nach 1 zu 0 Führung und 1 zu 3 Rückstand kehrt Leverkusen zurück am Sonntagabend in diese Partie. Und es war noch nicht Schluss. Noch einmal Bayer 04 Leverkusen. Schick am Ball. Zieht Kerem Demir bei. Florian Würz zu Patrick Schick. Und der macht es. Der macht es. Das 85. Spielminute. Das 4 zu 3. Das siebte Tor an diesem Sonntagabend. Es war unglaublich. Für Freiburg natürlich brutal. Aber hier 3 zu 1 zu führen. Am Ende mit leeren Händen dazustehen. Das tut einfach nur weh. Patrick Schick, der Mann des Spiels, entscheidet dieses Duell. Es blieb beim 4 zu 3. Bayer 04 Leverkusen springt hier dem nächsten Negativerlebnis von der Schippe. Joa, hier haben wir die Ergebnisse und die Tabelle im Überblick. Ist ja doch das ein oder andere Interessante passiert. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und Adios. Tschüss.